Die blaue halbe Stunde Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlichst zu einem freiheitlichen, zu einem blauen Podcast. Andreas Reismann mein Name und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gesprächspartner, über meinen heutigen Studiogast, Herrn Parlamentsrat, Magister Norbert Nemmet. Er ist auch Klubdirektor des Freiheitlichen Parlamentsklubs in Wien. Grüß Gott. Ich freue mich hier zu sein. Bevor wir also zum heutigen Thema kommen, das Thema betrifft die Definition der Begrifflichkeiten politisch links, politisch rechts, was sie so ideologisch bedeuten, vielleicht noch zu ihrer Person. Sie sind Jahrgang 1969 und man darf ja somit Fug und Recht behaupten, dass sie ein wahrer Insider, um dieses neudeutsche Wort zu verwenden, also ein Eingeweihter der politischen Szene, aber auch der politischen Geschichte sind. Sie waren im Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, in der Volksanwaltschaft, in der Bundeswahlbehörde und seit 2006 sind sie eben der Klubdirektor hier des Freiheitlichen Parlamentsklubs und seit 2017 auch Obmann. Ich glaube, das ist ihnen auch persönlich eine große Freude des Attersee-Kreises. Ein Gesprächskreis, eine Denkfabrik sozusagen und sie sind auch der Herausgeber der Publikation des Attersee-Reports. Korrekt. Und so ganz nebenbei haben sie auch noch vier Bücher geschrieben. Im Schatten des Krakus, die Karlsbad-Verschwörung, Hartmut gegen Arimann und Vargus. Wie kam es denn zu dieser Autorenschaft? So ist es. Ich habe seit vielen, vielen Jahren neben meiner politischen Tätigkeit, Sie haben richtig gesagt, in der Volksanwaltschaft, in der niederösterreichischen Landesregierung, war ich Verwaltungsurist und hier im Parlament bin ich ein Experte vor allem für Geschäftsordnungsfragen. Und neben diesen spröden juristischen Materien habe ich eine besondere Leidenschaft entwickelt für Fragen der Ideengeschichte. Ich bin also ein Profi-Jurist und ein Hobby-Historiker und das ist, ich sage immer, besser als umgekehrt. Und diese Leidenschaft für die Geschichte und vor allem für die Ideengeschichte und hier besonders für die freiheitliche Ideengeschichte, aber auch die unserer politischen Gegner, hat mich irgendwann einmal auf die Idee gebracht, das war ziemlich genau vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, einen Roman zu schreiben, einen teilfiktiven Roman im Schatten des Grachus. Und da geht es also vor allem um die Frage, was macht eigentlich eine linke Gedankenwelt aus und was macht eine, wenn man so sagen will, rechte oder konservative Gedankenwelt aus. Und in diesem Roman sind zwei Persönlichkeiten gegenübergestellt, die einer breiten Öffentlichkeit vielleicht nicht so bekannt sind. Der eine ist der Jakobiner, ein Frühkommunist, heute würde man sagen Linksextremist. Aus der französischen Organisation. Manuel Barboeuf, also er war ein Weggefährte von Robespierre und hat dann also versucht, auf revolutionären Weg eine jakobinische Republik zu errichten. Und auf der anderen Seite Friedrich Genz, das war die rechte Hand von Metternich, Sekretär des Wiener Kongresses und er war der Chefideologe einer konservativen Kontrarevolution. An diesen beiden Persönlichkeiten kann man sehr schön darstellen, was ist eine linke Denkweise, eine linksrevolutionäre Denkweise und was ist eine konservative Denkweise. Friedrich von Genz ist ja laut Ihrer Biografie auch eigentlich Ihre Lieblingsgestalt sozusagen in der Geschichte. Nach ihm ist ja auch die Genzgasse in Wien benannt. Was hat denn Friedrich von Genz für Sie so besonders gemacht? Ja, also erstens ist er Protestant wie ich, dann zweitens ist er in der Rolle eines politischen Sekretärs. Also er war nie ein Mann der ersten Reihe, er war ein Mann der zweiten Reihe. Metternich hat ihn geholt, er ist in Breslau geboren und er war vor allem einer der Ersten, die erkannt hat, dass die modernen Medien und ein modernes Medium war zu dieser Zeit eine rasch gedruckte Zeitung. Also es war die Zeit, als man ein Schnellplattendruckverfahren erfunden hatte, was heute in Wien passiert ist, war übermorgen in Berlin zu lesen und so weiter. Und er war der Erste, der gesagt hat, diese Zeitungen sollen also nicht nur das wiedergeben, was irgendwo passiert ist, sondern es soll auch ein geistiger Austausch stattfinden und man kann über diese neuen Medien auch eine gewisse Stimmung im Volk erzeugen. Friedrich Genz ist also vor allem eine Persönlichkeit, über die sich Medienwissenschaftler den Kopf zerbrechen und sie analysieren. Und er war aber auch ein Mann von einem unglaublich scharfen Verstand. Er war vielleicht der intelligenteste Mensch, der an dieser Stadt je gewirkt hat. Deswegen hat ihn Metternich auch an den Wiener Hof geholt, der total katholisch strukturiert gewesen war. Aber er hat sein Talent erkannt. Und Friedrich von Genz war derjenige, der Napoleon in Wahrheit bezwungen hat. Er war es, der eine diplomatische Achse geschmiedet hat, der das total marode Österreich im Weg einer Währungsreform noch einmal saniert hat, aufgerüstet hat und dann letztlich eine militärische Allianz geschmiedet hat, die in der Völkerschlacht von Leipzig Napoleon dann besiegt hat. Und dann in weiterer Folge hat er den Wiener Kongress gemanagt und eine Friedensordnung etabliert, auf der Europa dann aufbauen konnte. Genz war Protestant und wurde im erzkatholischen Wien damals aber anerkannt. Das heißt, er ist auch eine Person, die eigentlich mit mehreren Seiten konnte, die also nicht Intoleranz versprüht hat. Er hat so eine Verzahnung der Ideen gegeben. Und ich glaube, das ist ja auch so eine Grundlage, die man jetzt den Freiheitlichen nachsagen kann. Eine Verzahnung der Ideen, ja. Er war einfach in vielen Dingen unglaublich vorausschauend. Der Kaiser hat dann nicht die allzu größte Freude mit ihm, aber Metternich hat also komplett auf ihn gesetzt. Also vor allem jedenfalls bis zur Zeit des Wiener Kongresses, dann mit zunehmender Dauer, Biedermeier, das System kommt immer mehr unter Druck. Aber vergehen es auch einer, der gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Man muss Bürgerrechte, Bürgerfreiheiten einräumen. Dann ist das Verhältnis zu Metternich etwas abgekühlt. Aber wie auch immer, er war dann der erste Protestant, der ein Staatsbegräbnis in Wien bekommen hat. Und er war zum Beispiel auch einer, der sich gegen die Heilige Allianz ausgesprochen hatte. Mit der Begründung, er will das Osmanische Reich nicht ausgrenzen, dass das auch in einer Friedensordnung eingebettet sein muss. Und einer, der also maßgeblich von ihm sich intellektuell genährt hat, war Henry Kissinger. Henry Kissinger hat er über Metternich seine Dissertation verfasst und ist im Zuge dieser Arbeit auch mit Friedrich Gens in Berührung gekommen. Und es ist aber Kissinger hoch anzurechnen, dass er das immer offen gesagt hat. Viele andere haben von Gens abgeschrieben und ist verschwiegen. Er hat das immer ganz offen gesagt. Meine Politik ist nichts anderes, als die Ideen von Friedrich Gens in ein neues Jahrhundert transformiert zu haben. Also wir sprechen bei Gens und quasi dieser Zeit um die Jahre 1815, Wiener Kongress. Und danach hat man damals schon die Begrifflichkeiten politisch links, politisch rechts gekannt. Wo stammen die her? Stammen die aus dieser Zeit circa? Ja, also man kannte das. Es stammt also aus der Französischen Revolution, aus dem Nationalkonvent. Französische Revolution war 1789. Dann bildet sich dieser Nationalkonvent und dort gibt es verschiedene politische Gruppen. Es gibt also radikale Revolutionäre, die das bestehende System abtöten wollen. Es gibt gemäßigte Liberale, es gibt eher konservativere, es gibt Gruppen, die wollen eine konstitutionelle Monarchie. Und die sind in mehr oder weniger Fraktionen zusammengesessen. Und je nachdem, wo die gesessen sind, hat man sie benannt. Also die radikalen Revolutionäre sind links gesessen, die eher konservativeren Rechts. Vom Parlamentspräsidenten aus? Vom Parlamentspräsidenten ausgesehen. Aber es gäbe aber auch die Abgeordneten der Ebene und die des Berges. Das waren diejenigen, die auf der Tribüne gesessen sind. Also links und rechts hat sich behalten. Ebene und Berg gibt es heute im Sprachgebrauch nicht mehr. Aber es kommt eigentlich von diesem Sitzungssaal her. Und die nachfolgenden politischen Generationen haben dann diese Begrifflichkeiten links, rechts auch gleich für sich akklamiert. Und haben gesagt, ja, also wenn ich jetzt, und da sind wir gleich jetzt bei der Erklärung der Definitionen, wenn ich für mehr Staat bin, bin ich links. Wenn ich für weniger Staat bin, bin ich rechts. Kann man das so salopp sagen? Ja, also es ist, ich habe dann in meinem ersten Roman eben ausgearbeitet, diese Gedankenwelten von Barbeuf und von Friedrich Gens auf der anderen Seite. Und wesentlich ist, ich sage einmal, für dieses Denken der Jakobiner gewesen, man will eine Totalrevolution. Man will das bestehende System komplett abtöten und ein neues etablieren. Das beginnt bei einem neuen Staat, bei einer neuen Verfassung. Man hat aber ebenso einen globalen Anspruch. Man spricht vom sozialistischen Messianismus. Also Barbeuf hat gewusst, dass er, damit er seine Ideen realisieren kann, Zeit braucht. Das ist ein generationen- und länderübergreifendes Projekt, bis eine globale Ordnung entsteht, in der, wie er sagt, nie wieder ein Kind verhungern muss. Er will das Glück aller, das Ackergesetz, das bedeutet Enteignung von Grund und Boden. Und er will das auch alles absichern mit einer neuen Zivilreligion. Die französische Revolution war also auch ganz massiv antireligiös, antikirchlich eingestellt. Man hat also die Kirchen geplündert, man hat die Kreuze weggenommen und hat Marat-Statuen hingestellt. Marat war also einer der ersten Vorsitzenden der Jakobinischen Partei. Der berühmte Marat aus der Badewanne. Ja, der also ertolcht wurde von Kordé, einer jungen Frau. Und man hat auch einen neuen Kalender eingeführt, also die christliche Zeitrechnung hat man abgeschafft und eine völlig neue Zeitrechnung begonnen mit dem Inkrafttreten der Verfassung 1792 und mit einer Zehn-Tage-Woche. Also diese Zehn-Tage-Woche ist nichts, was in der Sowjetunion erfunden wurde. Das kommt von den Jakobinern der 1792, 93er Jahre. Die Guillotine, weiß man, hat da natürlich sehr aktiv mitgearbeitet. Also es hat sich ja ein Totalitarismus ergeben natürlich, der doch der Mehrheit der Menschen gar nicht so gefallen hat. Deshalb waren sie auch so rasch dann wieder beim Kaiserreich des Napoleon mit dabei. Ja, also es gibt für den Jakobinischen Terror ein schönes historisches Beispiel. Das ist die Mainzer Republik. 1793, 1794 hat man also Mainz belagert. Es war Krieg zwischen Frankreich und den deutschen Fürsten. Und im Zuge dieses Krieges erobern die Franzosen Mainz. Und die Jakobiner ziehen dort relativ rasch ein sehr totalitäres Regime auf. Man musste sich also zur jakobinischen, zur revolutionären Verfassung bekennen. Wer das getan hat, der durfte sich eintragen in ein rotes Buch. Diese Bücher sind öffentlich aufgelegen. Und wer das nicht getan hat, der musste sich eintragen in ein schwarzes Buch. Wer sich nirgendwo eingetragen hat, wurde automatisch dem schwarzen Buch zugerechnet. Und dann hat man gesagt, wer nicht im roten Buch steht, der hat fünf Tage Zeit, sich doch zu unseren Prinzipien zu bekennen. Und um zu unterstreichen, dass man es ernst meint, hat man neben den Freiheitsbäumen, die man ursprünglich aufgestellt hat, als Zeichen einer neuen Freiheit, die die Totenbäume aufgestellt, die Galgen. Freiheitsbaum, Totenbaum. Für alle, die im schwarzen Buch das Schönen hatten. Gehen dort, reichen sich hier die Hand. Und das ist eine sehr starke Symbolik für politische Intoleranz, die vordergründig als Freiheit daherkommt. Die Internationalität der Idee ist ja etwas ganz Interessantes. Und das macht ja auch wahrscheinlich einen großen Unterschied heutzutage auch noch ideologisch zwischen links und rechts aus. Die Sozialisten singen ihre sozialistische Internationale, weil sie eben für eine Gleichheit aller Menschenwelten sind. Der ideologische Rechte sagt, so etwas ist nicht möglich. Also um auf Friedrich Gens zurückzukommen, er hat den Begriff der Gleichheit erklärt und gesagt, da muss man zweierlei unterscheiden. Die Linken meinen die materielle Gleichheit, dass alle Menschen nach identmateriellen gleichen Bedingungen leben. Der Rechte meint die rechtliche Gleichheit. Dass es einen Staat gibt, dass es eine Rechtsordnung gibt, dass es Bürger- und Freiheitsrechte gibt, dass das Eigentum geschützt wird und so weiter und so fort. Und der Staat muss gewährleisten, dass diese Rechte respektiert werden und auch durchgesetzt werden. Das heißt, der zentrale Begriff, und das ist es auch in der freiheitlichen Programmatik, ist der der Rechtsstaatlichkeit. Wir wollen nicht eine materielle Gleichheit erzwingen, sondern unser Menschenbild geht davon aus, dass der Mensch grundsätzlich ein Mangelwesen ist. Ein Mangelwesen ist, das aber auch nach Freiheit und Selbstbestimmung strebt. Und der Staat muss die Rahmenbedingungen schaffen, dass dieses Gemeinwesen funktioniert. Er muss einerseits die Freiheit gewährleisten, er muss aber auf der anderen Seite auch die Sicherheit gewährleisten. Und in diesem Spannungsfeld hat sich der Rechtsstaat zu etablieren und wir sind auf der Seite der Freiheit. Deswegen heißen wir Freiheitliche Partei und werden daher immer dafür eintreten, dass die Bürgerrechte erhalten bleiben und dass sie geschützt bleiben. Diese ideologische Einordnung links-rechts kann man ja auch schon Kindern anerziehen. Deshalb sind ja linke Parteien eher schon für das frühe Erziehen von Staatsseite her in Kinderkrippen, Kindergärten und Schulen, also relativ früh weg von der Familie als Keimzelle des Staates, wo hingegen ja die rechte Seite doch eher auf die Familie als erste Erziehungsbasis setzt. Kann man das so sagen? Also Bob Böf hat gesagt, die Familie ist ein Gräuel, ihr Erbrecht verewigt die Ungleichheit. Und deswegen ist die Familie also etwas, was immer im Zielfernrohr der Linken steht. Das will man nicht, das ist nicht geheuer. Man will die Kinder eher von den Eltern wegnehmen. Die Eltern symbolisieren ein nicht-republikanisches Gesellschaftsbild. Vater König, Mutter Königin, Kind Untertanen. Also es ist ein Herrschafts-, hier bestehen Herrschaftslinien, die will man kaputt machen. Und daher immer wieder die Tendenz, Kinder möglichst früh aus der familiären Umgebung rauszubekommen. Das zieht sich wie eine rote Linie durch. Man kann es dann auch nachlesen, also nicht nur bei den Jakobinern, sondern auch in der Frankfurter Schule. Und auch heute sind ja die Diskussionen, wenn man also jetzt den Begriff Mutter aus der Sprache, aus dem Sprachgebrauch verdrängen möchte, schließt sich hier irgendwo der Kreis. Und genauso wie Sie gesagt haben, dass man eben zum Beispiel die Elternschaft etwas aus dem allgemeinen Selbstverständnis drängen will, geht es ja auch um den Wegfall von Traditionen. Traditionen, die über Familien, über Generationen weitergegeben wurden, sollen ja auch ausgelöscht werden. Ja, also die Jakobiner haben frühzeitig erkannt, dass wenn sie eine völlig neue Gesellschaft errichten wollen, eine Gesellschaft, in der die Menschen nach materiellen gleichen Bedingungen leben, der Mensch in seiner historischen Verfasstheit dafür nicht reif ist. Man muss ihm umerziehen. Es braucht einen sogenannten neuen Menschen. Und dieser neue Mensch muss von, ich sage mal unter Anführungszeichen, dem Ballast der Vergangenheit befreit sein. Also das sind vor allem die charakterverderbenden Mechanismen des Kapitalismus und des Katholizismus. Das muss raus aus dem Menschen. Und wenn das abtrainiert ist, dann kann der Mensch nicht gierig, nicht geizig sein und es ertragen, nach materiellen gleichen Bedingungen in einer mehr oder weniger unfreien Gesellschaft zu leben. Das heißt, linkes Denken ist daher immer traditionsfeindlich, weil das, was von gestern kommt, dieser Linie, an der die neue Gesellschaft entstehen soll, natürlich völlig im Wege ist. Auch wirtschaftspolitisch ist ja die linke Ideologie vollkommen anders geartet. Da setzt man mehr auf Staat. Bei den Rechten sagt man, man setzt mehr auf Eigeninitiative, auf Eigentum, auf Selbstentfaltung. Ja, das muss man differenziert sehen. Also die freiheitliche Programmatik beruht natürlich auf den Ideen des Privateigentums und der freien unternehmerischen Entscheidung. Man muss aber auch auf der anderen Seite sehen, und dafür haben wir uns auch immer ausgesprochen, dass die sogenannte Daseinsvorsorge, also das, was der Mensch zum nackten Überlegen braucht, Energie, Treibstoff, Spitäler, Kanalisation, Wasserversorgung, dass das in staatlicher Hand bleiben sollte. Das soll Eigentum der Gemeinschaft sein. Und hier sind wir also auch bei der Frage nach Privatisierung von allem und jenen immer auf der Bremse gestanden. Das wollen wir nicht. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass der unternehmerische Geist für eine Volkswirtschaft natürlich unerlässlich ist. Wenn ich nicht die Möglichkeit habe, zu verdienen, nicht mehr die Möglichkeit habe, mir etwas aufzubauen, warum soll ich dann überhaupt noch etwas tun? Dann ist es ja viel bequemer, mich von der Gemeinschaft alimentieren zu lassen. Nur deren Möglichkeiten sind halt limitiert. Das heißt, die lebt auch davon, dass die Mehrheit etwas beisteuert. Und wenn das Verhältnis zwischen denen, die hineinzahlen und denen, die herausnehmen, kippt, dann geht das Ganze nicht mehr gut. Wenn man das Ganze sich anschaut vom medialen Kontext her, ist es ja eigentlich den, man nennt es ja heutzutage salopp, Mainstream-Medien gelungen, ja in Jahrzehnten die Rechten als die Bösen hinzustellen. Wieso ist es diesen Medien gelungen, das so leicht erkennbar in ihrem Jargon zu machen? Also ich glaube, dass vor allem die Bewusstseinsmedien, Film, Fernsehen, Nachrichtensendungen, Radio, Zeitungen, aber auch die Literatur im weiteren Sinn so sehr linkslastig sind. Das hängt natürlich mit der jüngeren Geschichte auch Österreichs und Deutschland zusammen, dass alles, was von rechts kommt, grundsätzlich einmal verdächtigt ist. Und es hängt aber auch damit zusammen, dass linkes Denken, das utopische Denken, anscheinend doch eine gewisse Anziehungskraft hat. Und es hat einen gewissen Charme, sich nicht mit der Realität auseinanderzusetzen, sondern mit intellektuellen Konstrukten. Und auf eine Utopie, also Utopos, der Ort, der nirgendwo ist, sich einen fiktiven Ort zusammenzureimen und den dann realisieren zu wollen, ohne auf Realitäten und reale Bedürfnisse Rücksicht nehmen zu wollen. Bleiben wir da gleich bei der Realität. Wir sind ja EU-Mitglied und man weiß ja aus den vergangenen Monaten und Jahren, dass die FPÖ da doch immer sehr kritisch auch sehr vielen Entscheidungen der EU gegenübersteht. Ist die EU per se jetzt schon ein politisch gesehen linkes Konstrukt aus den Entscheidungen oder Gesetzen, die also angestrebt wurden oder gemacht wurden in den letzten Jahren? Insofern ein schizophrenes Konstrukt. Auf einerseits ist unübersehbar, dass dort für Großkonzerne Politik gemacht wird. Gesellschaftspolitisch ist es also eher linksorientiert. Das hängt auch vor allem damit zusammen, dass oft dort, wo es gar keine linken Mehrheiten gibt, trotzdem linke Gesellschaftspolitik stattfindet, was vor allem mit der völligen Indifferenz und vor allem auch oft Indolenz sogenannter christlich-sozialer und christlich-demokratischer Parteien zusammenhängt. Die spüren schon und wissen schon, dass das alles nicht in Ordnung ist. Aber bevor wir Macht verlieren oder bevor wir eine schlechte Presse kriegen, verschweigen wir uns und uns stehen nickend daneben. Das ist ja auch genau das, was man heute in Österreich sieht. Was das österreichische Parlament betrifft, also fünf Parteien derzeit im Nationalrat, wie würden Sie die jetzt nach ihrem Verhalten, ihrem Abstimmungsverhalten oder ihrer Außenwirkung der letzten Monate, Jahre ideologisch einordnen? Also wie gesagt, das Links-Recht-Schema, das kommt bei mir erst in der zweiten Linie. Wenn ich gefragt werde, wie charakterisierst du die österreichische Innenpolitik, dann ist es im Grunde ganz einfach. Es gibt zwei Typen von Parteien, es gibt die FPÖ und es gibt alle anderen. Und das entscheidende Kriterium ist der Artikel 1 der österreichischen Bundesverfassung. Meinst du es mit deinem Ernst oder nicht? Oder wirst du den überhaupt abgeschafft haben? Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus. Dazu bekennt sich die FPÖ ohne Wenn und Aber. Es ist die Summe der Staatsbürger. Die sollen entscheiden, mit wem sie nach welchen Spielregeln zusammenleben wollen. Alle anderen wollen, dass das irgendwer anderer entscheidet. Also die Grünen träumen, ich weiß nicht, von irgendeiner Weltregierung. Die Neos bekennen sich offen zur NATO-Mitgliedschaft. Die ÖVP will alles und jenes nach Brüssel delegieren. Also die Einzigen, die diesen Kern der österreichischen Verfassung ernst meinen und verteidigen, sind die Freiheitlichen. Das heißt, es verschwimmen diese Grenzen auch heutzutage ein bisschen. Also eine ehemals rechte, christlich-soziale Partei aus den Gründen, die Sie genannt haben, schwimmt jetzt schon nicht mehr nur über die Mitte hinaus, sondern schon auf die linke Schlagseite. Ja, also die CDU, die ÖVP sind gute Beispiele dafür, dass diese Parameter insofern nicht mehr hilfreich sind. Ideengeschichtlich sind sie vorhanden, hier in der Realpolitik, bei diesen Parteien jedenfalls, sind sie sicherlich nicht vorhanden, weil das, was außen drauf steht, nicht mehr übereinstimmt mit dem, was materiell gemacht wird. Warum findet dieser Kampf, möchte ich schon fast sagen, dieser medial ausgetragene, auch von Künstlerseite ausgetragene Kampf gegen die FPÖ dermaßen feurig mitunter statt? Wovor haben die anderen Parteien so Angst, wenn die Rede auf die Freiheitlichen kommt? Es ist bei Parteien wie der ÖVP die Sorge vor Machtverlust. Es ist vielleicht bei Parteien wie bei den Grünen die Sorge, dass bei der Realisierung ihrer Utopien Sand ins Getriebe kommen könnte. Und es ist natürlich schlicht und einfach auch die Sorge vor Wahlergebnissen, die in naher Zukunft hoffentlich so ausschauen, wie sich diese Parteien das noch gar nicht vorstellen können. Gibt es schon Vorboten so einer künftigen, vielleicht sogar dystopischen linken Welt, die wir jetzt sehen? Das mit dem Überwachungsstaat ist vielleicht nicht nur eine linksgefärbte Dystopie, man soll den Neoliberalismus nicht außer Auge lassen. Österreichischer Autor Thomas Sautner hat einen großartigen Roman geschrieben, Fremdes Land, wie also vor allem internationale Konzerne die Konsumgewohnheiten ausspionieren wollen, wie sie Machtstrukturen, die ihre Absatzmärkte sichern, am Leben erhalten wollen, wie sie Technologien liefern, um politisch für sie gefährliche Entwicklungen unten halten zu können und, und, und. Aber es ist natürlich denjenigen, die nicht im Herzen sind, die nicht im Herzen Demokraten sind, im Grunde des Mehrheitsprinzips Suspekt. Kann man zusammenfassend sagen, dass in unserer ganzen Diskussion und Abwägung, was ist links und rechts, dass die Freiheitlichen hauptsächlich eine Partei der Vernunft, der Verfassung und des Grundrechts des Menschen ist? Ja, also unser Weltbild steht ganz klar auf den Werten des Rechtsstaates. Der Rechtsstaat braucht Familien, er braucht bürgerliche Freiheit. Er soll ökonomisch aber auch jedem die Möglichkeit für ein gutes Leben geben. Das heißt, ohne Umverteilung geht das schwer. Die freie Marktwirtschaft ist ein Ideal, aber ein Ideal, das immer wieder nachjustiert werden muss. Und so gesehen treffen wir es mit dem Begriff soziale Heimatpartei eigentlich punktgenau. Gut, dann herzlichen Dank für diese interessanten Ausführungen. Wir haben viel gelernt. Danke auch. Danke, Herr Klubdirektor, Mag. Norbert Nemmet. Und bei Ihnen, geschätzte Hörerinnen und Hörer, bedanke ich mich fürs Zuhören. Handkuss den Damen und Handschlag den Herrn. Die blaue halbe Stunde. Der Podcast der Freiheitlichen. Die blaue halbe Stunde. Untertitelung des ZDF, 2020